Da passiert doch nichts. Entspannt euch. Also ich muss Giovanni leider ein bisschen widersprechen. Ich habe jetzt genau Juventus, ich glaube, dreimal vom Tor gesehen und der Rest spielt 42 Minuten lang nur Borussia Dortmund. Die sind einfach überlegen gegen Juventus. Und das, was ich vermutet habe mit der Taktik, mit der Offensiv, mit der Schnelligkeit. Sie setzen immer wieder die Abwehrspieler unter Druck. Die kommen ja fast gar nicht raus. Und sie kriegen eigentlich nur Möglichkeiten, wenn Borussia hinten in der Abwehr ein bisschen Fehler machen. Ansonsten haben die für mich überhaupt gar keine Chance. Ja. Achtung. Das kippt doch gar nicht mehr. Das ist doch nicht wahr oder? Dann muss ich leider den Mario machen. Hör mal auf, sie sprechen da. Dann muss ich den Mario machen. Mario, Mario, Mario. Dann muss ich den Mario machen. Das hat Spaß. Ja.